Tu die Kekse da drauf. Ja, tu die Kekse da drauf. Der Stapel ist nicht ordentlich. Guck mal so, das ist gut für das seelische Gleitgewicht. Sehr verehrten Damen und Herren, mein Name, das ist Esu Herquist. Der junge Herr, der hier hustet, ist der junge Herr, der hustet. Wir sind hier in den heiligen Hallen von Tom und Hannes. Die haben ein Tonstudio, ein toll schickes Tonstudio. Und noch besser, wir nehmen gerade hier unsere neue Platte auf. Esu Herquist, oh, Hele Benden, das bin ich, Hele Benden, das ist der Fiskechor und der Dr. Geo Köhler und der Professor Dr. G-Mainman. Ja, so, nun ist es so, weil das total teuer ist, haben wir so eine kleine Bleckdose mit einem grünen Herzchen drauf gehabt. Und da haben wir immer nach den Konzerten ein bisschen das Flaschenpfand reingetan, ja. Da hatten wir sehr schnell sehr viel Geld zusammen, um diese Aufnahme zu finanzieren. Hatten, weil der Fiskechor und der es einfach wieder versoffen hat. Noch vorher. So, jetzt sind die Herren da drüben am Mischen, wie die Weltmeister. Es wird todschäden und ich gehe ein bisschen auf Grundeisen mit dem Popo, weil ich mir denke, scheiße, wie zahlen wir das denn jetzt? Jetzt habe ich mir gedacht, wir machen ein Crowdfunding und als Zeigen von meiner inneren Verzweiflung werde ich jetzt mir diese rot-weiß gestreifte Bademütze aufsetzen und ein Jazz-Klassiker für sie singen. My raindrops keep falling on my head And just like the guy who's seen, died too big for his back Crying's not for me Cause I'm never gonna top the rain by complaining Because I'm free It's okay, it's Es passt schon Kein Thema Komm damit klar Ja, so sieht es aus Es wird eine geile Platte Warum machst du eine Mütze? Ich habe eine Mütze auf, weil ich sie bitte von meinem ganzen Herzen Unterstützen Sie unsere Platte Es wird ein Jahrhundertplatte Oder? Nein? Wieso nein? Es wird eine Jahrhundertplatte Du musst die Arme in die Luft nehmen und Yeah, yeah sagen Ja, yeah Komm, Leon, mach mit mir Yeah, yeah Yeah, yeah Hey, Jungs, wollen wir ein bisschen Funkmusik machen? Ja Ja Ja